Gehen Sie mit der Konjunktur! Gehen Sie mit auf diese Tour! Gehen Sie sich, denn also schämen Sie sich und schämen Sie nicht und wo das Manfett! Gehen Sie mit der Konjunktur! Gehen Sie mit auf diese Tour! Sehen Sie doch! Die Anne steht schon ganz und sind die Krippe schon aus, ein Knossent beglebt! Man denkt, was man isst, nicht auf den inneren Weg! Gehen Sie mit der Konjunktur! Gehen Sie mit auf diese Tour! Gehen Sie mit der Konjunktur! Gehen Sie mit auf diese Tour! 2. 3. 3. 4. 5. 4. 5. 6. 9. 8. 9. 11. 11. 11. OLA Twen OLA 2 OLA TUN OLA TUN всю die Stürmer OLA TUN OLA TUN was die Unterneu und sagt gehen sie mit die hoch gehen sie mit auf diese Tour schütteln sie in環 nä Room schütteln sie die Anlie Glock Musik Musik Wenn man davon die Mühe hat, wenn man davon die Mühe hat, wenn man davon die Mühe hat, die Mühe hat, die Mühe hat. Jeder, euer eigenes Auto! Mensch, Lisa, ein Auto! Ein richtiges Auto! Ein Auto! Ein Auto! Ein Auto! Ja! Was? 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 Nein, ich bin glaube ich... Ich bin nur noch... Eberhard und Lisa war nicht so verschmiert in Lisas neuen Auto gefahren. Ist das eine Tortur oder eine Lüge? Die etwas Spannung, wenn du was bleibst. Sie bluten ja wohl in den Kühlstuhl schlägt. Ein Küchenstuhl? Und da ist es sogar ein Karawand! Nicht auf meine Kolze! Ach, später! Hören Sie, es gibt eine kleine Schalte Pläne. Ein Küchenstuhl? Einmal zu spät! Und da ist es sogar ein Kapitän! Ich halte das nicht länger aus. Dieser Mann blutet auf meine neuen Polster. Aber Hinde, du setzt dich doch endlich hin. Ich schliege fälligst auf. Ich wollte Ihnen gerade verblenden. Ja, ich hatte nur das Aufgehen. Und sowas will in Deutschland Zukunft sein. Ich hatte einen Unfall. Bitte was? Was? Willst du damit sagen, unserem Auto ist etwas passiert? Hat der Wagen eine Gäuse? Das wäre ja furchtbar. Ich will jetzt wissen, was mit meinem Auto ist. Wer hat es noch? Oh, das ist schwer zu sagen. Du sagst mir, das ist ein großer Schaden. Ach, endlich den Mund auf. Totalschaden. Die Eisbombe. Totalschaden? Mein Gott, Eva Haag. Sollen Sie damit etwas sagen? Sie haben unser Verlobungsgeschenk kaputtgefahren. Hey, ich hatte nur den Aufrag, den Wagen hier abzuliefern. Kann ich vielleicht ahnen, dass ein Arsch mir reinfährt? Ich geh auf Füße, denk nur an deinen Herbst. Mann, es ist doch nur ein Auto. Was, nur? Nur ein Auto? Jetzt ist doch nur ein Auto. Dann ist doch nur ein Auto. Ich gehe Probst nicht auf einen Daumenum. Das war's für heute. Come on, baby, shake it all I know. Shake it to the beat of the heart, of the heart, cause I'm a wild one. Woo, yeah, cause I'm a wild one. I'm gonna keep it shake it, gonna keep it moving, baby, don't you grab my side, cause I'm a real light of shine. So far, go, 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 go Ger, go, go Ger. Musik Wir bricht die Wäschchen und 파 metric in der Musik Und trotzdem suchen sie das Kind wie einfach Phantasie Sie sind und wenn man mag sie das haben Und sich anschlippien, wenn man seinen Gäntern Na, er sich vorbei trinkt, wenn man nicht weiß Wie herrlich soll ist Blue Jeep Boy en Blue Jeep Boy Das Blüte ist mal und blüte, blüte Erkange! Då, doch! 2. Musik 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 Ich denke, sie sind seltene Leute und sie träumen beide gern ein Mädchen von heute, wie herrlich soll ja zu sein, wie Pritima. Ich sehe nun eine Schwiegermutter. Wie behandelt man einen Liebhaber? Seite 66. Es hat geklingelt. Als wohlerzogenes Mädchen haben sie schreckliches Herzklopfen zu haben, denn es ist ja er. Bevor sie die Türe öffnen, prüfen sie genau, ob ihr Kleid ordentlich sitzt und die Frisur und die Maquillage, also das Lippenrot und die Augenbrauen. Dann passen sie sich ein Herz und die Türklicken. Hey, Baby. Hi, Johnny. In diesem Augenblick ist man ganz arme, absolut sicher, gewandt und liebenswürdig. Eine ganz leichte, gut gespielte Befangenheit macht sich sehr hübsch, denn sie dürfen dem Mann das Gefühl seiner sogenannten Überlegenheit nie ganz nehmen. Im Salon bieten sie ihm mit beiden Händen eine Tasse Kaffee. Sie begeben sich in die Sofaecke weit entfernt von ihm, weil sich das schickt und weil sie auf diese Weise ihre Figur besser zur Geltung bringen. Blicken sie ruhig etwas zu ihm auf, damit erheben sie ihn in ihrem Blick. Es schmeichelt seine Eitelkeit und lässt sie selbst als hingebungsvoll erscheinen. Oh, shit. Lassen Sie es ihn nicht fühlen, wenn er sich ziemlich linkisch und brüllt. Ja, dann entgute ich ihn vielleicht, denn wenn er schon ernsthaft in Frage kommt, dann soll er doch auch den Mut nicht verlieren, nicht? Wenn er sie aus der Ferne der Sofaecke genügend im Ganzen bestaunt hat, dürfen sie ihm etwas Nähe gönnen. You've got a great ass. Sie stehen auf, wenn er ihnen eine Schmeichelei sagt, und drehen ihn dabei etwas beschämt den Rücken zu und setzen sich, ist noch schamhaft abgewandt, wieder auf das Sofa. Auf diese Weise können sie ihm näher rücken und es sieht so aus, als wollten sie ihn abbeißen. Your tits are fantastic. Bei seinem nächsten Kompliment wenden sie sich ihm mit einer Leichtdrehung des Kopfes zu und welchen leicht verschämt, aber doch angenehm berührt, in die Kaffeekasse hinein. Wenn er kein hoffnungsloser Fall von Schüchternheit ist, werden ihre hübschen Schultern und die zarten Linien ihres Nackens ihn reizen Ihnen darüber etwas zu sagen. Sie stellen die Kaffeetasse jetzt auf das Tischchen zurück und wenden ihm, indem sie die Hand auf die Sofalehne legen, ihr Gesicht voll zu. Wenden, dass er sie sofort küssen will. Er wäre kein Mann, jedenfalls kein Mann für mich, wenn er es nicht versuchte. Er bittet sie also um einen Kuss, sie wenden den Kopf etwas zur Seite und deuten auf die Wange. Selbstverständlich nimmt er das für eine Erlaubnis, sie nicht nur auf den bezeichneten Punkt zu küssen und die Arme so frack auch gar nicht erwartet, dass er sich an ihre Vorstreifen hält. In dem Augenblick, wo er es wirklich riskiert, erstarren sie zu Eis. Sie empückelten sich von dem Frechling ab. Sie heben die Hand, als wollten sie ihm eine Ohrfeige geben, aber nur als Ohr, und wicken ihn so an, dass er sich sofort entschuldigt. Come on, baby, how do you want it? On the sofa or in the bedroom. Hat er sich entschuldigt? Tun Sie, als wollten Sie ihm für dieses Mal verzeihen und reichen ihm beide Hände, beide verstehen sie, nicht nur eine, zum Handkuss. Hey, how do you do? Hallo, Fraulein, wie geht es? Yes, and how about you? Wunderbar, sie versteht uns. That's easy, my boy. Allahand für die erste Lektion. Please, give me a kiss. Aber so, nicht so eilig. I'll love you, dear miss. Oh, das wäre nicht anweilig. But we would enjoy. Aber nicht bei der ersten Lektion. Etwas später. Very nice. Maybe Morgan. Ja, wer weiß. Ziemlich treuer ist der Weiß. All ein bisschen hart. Grüße, they are beautiful. Oh, Frau, I'm done, I'm done, I'm done. Es langt ihr nur. Ist man happy. Einzige. Zeit, vor ihr können zwei, die Maxine. Ha, 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 ha! Moż' doch, wein' noch ein paar Tage, ja, ha, 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 ha! Ja, ha, 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 ha! Christmas, let's go. English,Con, let's go. Then who learns it's going quickly. Has to einen netten Charlene, will you be kind? LiAKE! Hey how's do you do? floating es! simplify the 그럼 i'd love this show i like to see for you like small hey do you like me pop there we go and see the lighter oh yes let you see Wo mein Freund sagt ich weiter und hab' ich seit hier ein Geschwächtchen, lass' mir zu dir hin. Mein Junge tut ihm vor, mit der schicke Lurikon. Als die Mädchen, lass' sie doch. Und das war's in der Kirche. Hey, da, wie du? Karte, Frau, mein Bekleines. Ich schenk' dir mein Herz. Ich schenk' dir mein Herz. Und wir werden ein wütendiges Pfarr. Und wir werden ein wütendiges Pfarr. Wir werden ein wütendiges Pfarr. Ich grüß' mein Insel im Sonnenlicht, Da sich silbern und hell im Morgen bricht. Ich grüß' dir Heimat flimmend und sang' Die braune Hütte am Meeresstrahl. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne steh'n, Da kann man die Luft auf Glanz und der Frenklicht in der Ferne seh'n. Ich grüß'n Tag der lawns und in der Ferne, Ich grüß' dich, mein Urn, démbr leuker, Ich grüß' dich, dein Schattenbild. in goldene Träume hütt. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man den Hochland der freien Licht in der Ferne sehen. Ich seh die Knie, die im hohen Mond und höre vom Herrn, er prägt ein Wort. Ich seh die Hand, die zutelbeweist und spüre Schmerz in der Heilige Heist. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man den Hochland der freien Licht in der Ferne sehen. Ich hoffe, dass meine Stunde schlägt, dass mich mein Schiff zu der Insel trägt, wartet auf Lass und Rot und Fein, dort will ich stehen und zufrieden sein. Wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man den Hochland der freien Licht in der Ferne sehen. Und wo meine Sonne scheint und wo meine Sterne stehen, da kann man den Hochland der freien Licht in der Ferne sehen. Und wo meine Sterne stehen, 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Von Roten und Rosen, von Westen, von zärtlichen Wolken, bei mir an der Ruhe. Es scheint ja genau so, wie früher zu sein, wenn Teenager trägt, große Damen zu sein. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Was? Lisa, was soll das denn? Es ist doch kein Grund, es braucht sich zu halten. Das kommt ja immer hauptsächlich in Frage. Rudolf, wir sind ruiniert. Dann fangen wir eben wieder von vollen an. Von mir kriegen wir nichts. Aber wenn das reine Kopf aus dem Kopf gewonnen hat, dann können wir nicht nachdenken und den Spendern wir bis aus der Stadt verjagen. Nein, Rudolf, ich will nicht wieder auf die Flucht. Du musst nicht mehr auf die Flucht, dass ich von dir noch nie das auch erhebe. Geht das schon wieder los? Lisa! Komm, wir bekommen ein Kind. Was? Das Kind ist gar nicht von Frank? Nein, es ist von Tom. Okay, beharrt jetzt. Tu da was! Lass mir mal das, das geht schon in Ordnung. Hilder! Hilder! Den kriegen wir auch noch hin. Und ein Schlösser? Wenn Sie mich noch wollen? Sag! Keine Experimente! Du bist mein Mann! Du bist mein Mann! Du bist mein Mann! Ollaan! Und ein Schlösser! Lass mir mein Mann! Du bist mein Mann! I can, for I can tell, Paulina, please. I can, for I can tell, Paulina, please. 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 I can tell, Paulina, please.